Man kann dieses Glas mit Blut füllen. Äh, Mathe, Levitatium, oder? Oder, ne, Unsichtbarium braucht man, oder? Um es mit zu füllen. Auf jeden Fall, wenn man es mit Blut füllen... Hallo, ja, aber witzigen heiligen Bergfreunde da draußen. Ja, wir sind hier gerade erneuter. Ich bin gerade in einem täglichen Durchlauf. Haben ein paar Kettensägen hier. Auch ein Teleporter anscheinend mit kleinen Blitz. Ich glaube nur, der zündet mich jedes Mal an. Nö, tut er nicht. Okay, und zwar vorab, warum gestern keine Folge war. Ich habe mich ein bisschen mit Shorts ausprobiert. Und warum mein Ton jetzt und mein Hintergrundton auch anders sein könnte als sonst. Windows hat meine Tonsettings von OBS zerschossen. Aus irgendeinem Grund konnte ich nichts mehr aufnehmen. Mein Mikro war nicht mehr zu hören. Mein Tonspiel war nicht mehr zu hören. Und meine Kumpa, also so konnte ich es auch nicht mehr zu hören. Weil eigentlich kommt noch ein aufwendigeres Mod-Video mit einem Multiplayer-Mod in NeuterTogether. Mehr oder weniger. Weil ich habe da zwei Mods gefunden. Einen, der echt gut funktioniert. Mit dem man auch bei Monster interagieren kann. Und einen, der eher was ist, wenn du Livestreams machst oder so. Ich hasse diesen. Okay, habe ich normale Kettensägen? Nein. Okay, ich hasse diesen one jetzt schon. Nein, die sind zwar ultra stark, aber die bringen mich selber halt auch um wahrscheinlich. Danke. Ich schieße jetzt nur dahin, wo ich auch weiß, dass die im Boden stecken bleiben. Wahrscheinlich. Weil Kettensägen sind schon echt ätzende Waffen hier. Ah, ich hasse diese Kettensägen. Wünscht mir Glück für diesen one. Wie gesagt, der one ist heute zusammen aufgenommen, direkt geschnitten worden. Also, wenn ihr ihn gerade seht. Also, nicht wundern. Das ist ein bisschen spontaner auch aufgenommen, weil... Wie gesagt, ich habe sonst keine Folge jetzt. Und ja, das ist ein bisschen bitter. Nochmal ein bisschen Teg, der durchlaufen. Hier bin ich zwar wahrscheinlich gleich tot, aber... Immerhin kann ich mich hier durch die Gegend porten. Ich suche mir einfach die Gegend ab und gucke nach, ob ich irgendwo einfach einen Zauberstab finde, der keine Kettensäge beinhaltet. Ich glaube, das ist mein Weg to go gerade, um hier weiterzukommen. Mann, mich ärgert immer noch, dass mein Windows-Update meine OBS-Einstellung oder OBS irgendwie zum Crashen gebracht hat. Also, ich bin mir sehr sicher, dass es diese Windows-Update war. Bin ich zumindest aktuell sehr sicher. Ich mag eindeutig Windows nicht mehr. Falls ihr Linux kennt, ein anderes Betriebssystem für PCs, ich würde es sofort empfehlen an jeden. Aber leider gibt es das bestimmte Software, nur unter Linux, die ich halt nutze. Äh, nicht unter Linux, nur unter Windows, die ich nutze. Und das ist mein Hauptproblem halt. Ah, ist das Blut? Ist das Blut? Nein, das sind Pheromone. Das ist Mana und das andere ist Perplexium, oder? Ah, ich brenne. Ich hasse es. Ah, das ist ein Zauberstab da unten? Nee, da unten nur unter Mord mich schon wieder. Okay, dann borte ich mich halt weiter durch die Gegend. Und brenne für mein Leben gerne. Das liegt halt an dem Zauberstab wegen den Funken, oder? Dass ich jetzt brenne, wahrscheinlich. Also jetzt brenne ich, weil ich ins Feuer rein bin, das ist klar. Oh, Zauberstab, Zauberstab. Okay, der wirkt immer Steine. Das ist ja mal interessant. Weil Steine sind OP. Das weiß ich. Das habe ich schon gelernt. Dass Steine OP sind. Okay, den Zauberstab muss ich mir merken, wenn ich hier sterben sollte jetzt. Weil, den würde ich gerne mal austesten. Okay, das war vielleicht nicht die beste Methode gerade, aber ich glaube, den Zauberstab, wenn ich da Zielsuchen draufpacken könnte, hinter den Steinen, wäre das Ultra OP. Aber ich glaube, ich habe meinen Zauberstab gefunden vorerst. Dann tue ich mal das Feuer bitte weg hier, weil das ist richtig unangenehm. Warte, wenn ich das hier einfach nur hier das drauf packe. Okay. Warte, ist der nicht total sinnlos sogar, dieser Zauberstab jetzt? Weil der halt immer nur Steine wirkt. Also warte, wenn ich jetzt, auch wenn es jetzt dumm ist und ich vielleicht Schaden nehme, wenn ich das jetzt mache. Ja, ich hatte es erwartet. So, genau sowas habe ich jetzt erwartet. Das heißt, wenn ich das hier mache, wird er immer nur Steine beschwören. Äh, KG? KG? Äh, explodierende Leichen. Der Feinde explodieren. Wodurch? 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 Hier, du kriegst gesteinigt. Ich steinige dich. Jetzt stirb, ich steinige dich. Ich steinige dich. Ja, ich weiß, ich könnte ihn nur einfach töten, aber mit die Ketten singen. Ich hatte aber keinen Bock. Ähm, der tägliche Durchlauf hat sich gerade geändert. Wieso? Aber habe ich gerade nichts dagegen, muss ich ehrlich sagen. Und dass ich auch hier hinten gerade beginnen darf. Ich bin nur atemlos noch Bonus-Lotterie. Dann tue ich auf das auf jeden Fall mal raus. Dann packe ich das mal hier hin. Da hat ein Mischen, der hat nicht Mischen, der hat Mischen, der hat... Alter, die haben alle Mischen. Das ist ja Kage. Kage! Zielsuchende Teleporter. Weckte wir mit, die bräuchte ich eigentlich auch wieder nicht. Dann... Der wenig Mana. Der genug Mana dafür. Ja, dann nehme ich den mit. Dann nehme ich die hier mit. Und das dürfte soweit passen. Dann nehme ich den hier unten als Kämpfer her. Und den hier als Schuss-Zauberstab. Ja, damit muss ich klarkommen. Und natürlich nehme ich das hier mit. Ich habe kein Geld. Achso. Okay. Also muss ich mich auf die Perks verlassen. Und es war ein Pazifisten-One, weil hier die Kiste ist. Ach ja, wenn man Pazifisten-One hat, also wenn man hier Pazifisten-mäßig hier reingeht, dann kann man mit mehr Geld wiederkommen. Ja, zusätzliche Kapazität brauche ich jetzt nicht. Ich habe Lotterie mit. Ich will auf gut Glück was mitnehmen. Dann nehme ich, glaube ich, das Leben auf Kante mit sogar, oder? Aber ich nehme noch die Speed hier mit. Weil Speed ist immer praktisch. Und Leben auf Kante. Oder mehr Gold. Leben auf Kante. Mehr Gold. Okay, alle drei Perks. Habe ich nichts dagegen. Und ich habe gerade echt nichts dagegen, dass sich dieser One geändert hat. Aber auch plötzlich doch. Okay. Dann hier richtig. Okay. Dann Black Hole. Schwarzes Loch kann man einfach nutzen, um sich komplett durch alles durchzugraben. Im Endeffekt. Vorab. Nein, du nimmst den Zauerstab nicht mit. So, Zuschauer oder Zuschauerinnen. Und zwar, ich bin jetzt hier gerade nochmal an der Stelle. Leider hat sich Lotter aus irgendeinem Grund einfach geschlossen gerade an der Stelle. Ich bin jetzt schon das zweite Mal an dem Punkt. Weil ich irgendwie da nochmal ein paar Probleme gerade hatte beim Kampf. Und ich keinen Bock habe, dass ihr unnötig was seht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir hauen einfach nach unten ab. Und gucken, dass wir einfach nach unten kommen. Ins nächste Gebiet. Geld ist mir egal. Ich will einfach nur irgendwas euch zeigen. Eigentlich würde ich ja gerne ein paar andere Sachen euch zeigen. Aber ich schaffe es aktuell nicht lange zum Zocken. Und Leute, da ist halt kein Game, wo man jetzt sagt, das zocke ich jetzt mal lange. Also ich meine kurzweilig nur. Deswegen kann ich euch leider die Sequels, die ich alle mehr oder weniger an YouTube rausgefunden habe, euch nicht wirklich zeigen. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Und 400 Euro kann ich eigentlich voll mit dem Leben, klar. Und gerade, würde ich behaupten. Ja doch, damit kann ich leben. Okay, hier haben wir ein paar viel zu teure Zauberstäbe. Die haben alle nicht mischen, wahrscheinlich. Ja. War ja klar. Und Explosionsschutz. Oh, nehme ich mit. Immer wirken. Soll ich immer wirken? Ich habe einen anderen Zauber, der sogar besser ist. Komm, immer wirken. Was hast du bekommen? Warte. Ich kenne... Warte, das muss ich mal... Ich glaube, das ist irgendwas mit Gift. Und das wäre echt cool. Das müsst ihr nur noch nicht mischen werden. Wie wirkt das vom Projektil getroffene Siedel mit einer Zeit lang zusätzlich Projektilschadenheiten? Schwächender Fluch. Ah, das ist ein Fluch. Okay, damit kann ich leben. Das ist, glaube ich, geil. Glaube. Ich... Ich glaube sogar, ich packe das hier noch rein. Weil, ich glaube, ich das jetzt mache, dürfte ich ein Kleingekwrap... Dürfte ich? Ne, aber kann ich gar nicht. Es ist ja kein Mischzauberstab. Es ist ja ein Mischzauberstab. Verdammt, das vergesse ich immer. Ein bisschen kage. Aber ich habe keinen Explosionsschaden mehr. Und die Easy Base. Ich glaube, hier werde ich einfach versuchen durchzugehen. Ja, doch, komm. Ich werde hier einfach mich durch... Äh, durch... Burdeln und nach unten gehen. Ja, doch. Ich glaube, das ist keine dumme Idee. Nein. Ah, ne, das ist ein Heiler. Verdammt, den hätte ich nicht kennenbrochen. Ja, ihr seht, ich habe ein bisschen mehr Ahnung über das Game bekommen. Also, ich weiß jetzt vielleicht, welche Gegner auch Heiler sind. Teilweise. Uh, ein Blitzzauber. Der hat nicht Mischen. Uh, geil. Hey, hey. Aber dieser Fluch, ich glaube, der ist richtig gut, oder? Ist der Fluch gut? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich kann euch vielleicht was zeigen. Doch, ich kann euch was zeigen versuchen. Aber ich glaube, den Zauberstab, den tue ich weg wegen einem Blitz. Ja. Und... Ich kann euch versuchen, was zu zeigen. Doch. Und zwar, ich brauche jetzt eine Flasche hier. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Aber immerhin, wenn ich das zeige, wäre cool. Dann hätte ich nächstens irgendwas für die Folge Sinnvolles gemacht. Und ja, ich gieße gerade nur Schießpulver nach unten. Okay. Und zwar, ich muss jetzt hier... Ich nehme beide Flaschen sogar mit. Und zwar, ich muss jetzt hier mal Blut mitnehmen. Deswegen denke ich, dass das ein guter Life-Fake, mehr oder weniger. Oder ein guter Trick ist. Einfach, um das mal in der Easy-Bestung zu machen, wenn man gerade unterwegs ist. Aber wie gesagt, ich habe halt nur gerade, wenn man sich halt meine Gegner gerade immer jetzt weggeschnitzelt hat. Ohne wirklich viel Blut zu hinterlassen. Aber ich denke, dass es passt. Ich hoffe, zwei Gläser reichen. Hey. Danke. Stirb. Okay. Jetzt mal gucken, ob ich es finde. Äh, ich glaube, ich habe es sogar gerade gefunden. Nein, habe ich nicht. Ich habe einen Shop gefunden. Aber ich glaube, da muss ich mich durchbohren sogar, oder? Bei dem Shop. Ah, nein. Ich habe nichts zum Bohren. Und Explosion wird nicht funktionieren bei dem Felsen. Ja, ich glaube, ich muss mich hier durchbohren nach oben. Ich habe es gefunden, aber ich habe vergessen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich einen Bohrer finde noch. Bezweifle ich, wenn ich gerade ehrlich bin. Obwohl, warte, warte. Ich kann da durch. Ich, Idiot. Ich habe ja ein schwarzes Loch. Ich kann nicht versichern, ob ich da jetzt gut durchkomme. Und ob ich es richtig mache. Aber ich glaube, ich muss hier durch. Ja, perfekt. Und zwar, hier drin, dieses Glas hier muss man mit etwas Bestimmtem füllen, damit man Teleporter öffnet. Ich werde euch in dem Voice-Over, also nachsprechen, erklären mit was. Was ich auf jeden Fall weiß ist, man kann dieses Glas mit Blut füllen. Äh, Mathe, Levitatium, oder? Oder, ne, Unsichtbarium braucht man, oder? Um es mit zu füllen. Auf jeden Fall, wenn man es mit Blut füllt. Ich werde jetzt auch gleich nochmal hin und her gehen und es komplett mit Blut füllen. Dann behandelt sich das ganze Blut hier unten zu Gold. Und das ist ein kleiner, schöner Mini-Lifehack. Wodurch man halt einfach, wenn man mal es schafft, Gold sammeln kann. Nur, damit ihr einfach es wisst, dieses Hourglass ist zum Gold sammeln gut da. Das ist halt direkt über diesen Shop hier. Also, falls ihr Geldmangel habt und habt zwei Flaschen dabei, oder eine, und habt Blut in der Fiesi-Festung, dann könnt ihr es euch einfach holen, im Endeffekt. Alter, ich bin so happy gerade, dass das funktioniert hat. Ich habe völlig vergessen... Ach ja, stimmt, ich kann ja gar nicht ertrinken hier gerade. Ne, aber ich habe das völlig vergessen, dass ich gerade diesen, äh, ja, schwarzes Loch dabei hatte. Schwarzes Loch ist so geil, das muss man sich... Muss ich fast immer mitnehmen, wenn man es kriegt in einem Run. Weil es so viel angenehmer ist als andere. Und das ist bitte ein krasser Zauber. Ah, verdammt, das war wieder ein Heiler. Den hätte ich, den hätte ich leben lassen können. Dich kann ich, dich kann ich nicht leben lassen, dich auch nicht. Euch alle nicht. Ihr müsst alle sterben. Ja, die müssen jetzt alle sterben. Hier nochmal ein bisschen Wasser rein. Wenn ich einfach nicht brenne die ganze Zeit. Und den Wasserzauber hebe ich, glaube ich, sogar auf, dadurch, dass ich, äh, eh nicht ertrinken kann. Ich glaube, den nehme ich jetzt wirklich jedes immer noch mit. Also, wenn ich jetzt schon so viel Geld habe, dann nehme ich auch das Geld hier, obwohl liegt mit. Das ist gerade der beste Run, was ich cool finde. Hey, ihr sterbt da oben bitte einfach alle. Ähm, ja, ich gehe einfach mal. Ich brauche kein Geld. Ich habe einen halbwegs guten Zauber und eigentlich bin ich gerade sogar wirklich zufrieden mit meinem Zauber. Nur, dass ich ihn halt, das Licht würde ich halt raustun und würde halt hier noch, einfach nur zum Testen, die Kettensägen reintun. Oder vielleicht sogar die Zeit, eine, eine Zeit lang dreht sich vier Schutzlichter um sich herum. Was auch geil ist, aber ich glaube, so lange kann ich nicht schießen. Aber, falls nicht kommentiert, äh, folgiert mich gern in den Kommentaren. Ja, warte, ist der besser als der Aura? Nö, nicht wirklich. Man hat, ah, es geht nur einer, ne? Ja, okay, der verbraucht halt viel, 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 viel mehr Mana, ne? Aber es ist machbar. Ich glaube, dass der stärker ist. Ich glaube, ich nehme den lieber mal mit. Und zur Not kann ich auch so machen, oder? Ne, das mache ich nicht. Da sterbe ich nur. Mach ich so, oder? Ja, doch. Das verbräuche ich zwar jetzt von... Obwohl. Der hat nicht so viel Mana-Erholung, oder? Ah, Kage. Dann mache ich doch wieder das Feuerorb rein und die Zau... und die Dinge. Ah, ne, das ist zu viel Mana aus dem Zug für den Zauberstab. Bleibe ich dann doch lieber wieder bei dem, bei dieser Kombi. Oder ich nehme den hier, der Mana-Aufladegeschwindigkeit hat, der fängt um einiges mehr. Ich glaube, ich bleibe bei dem da. Ich gehe zu dem Zauberstab über. Ja, das macht mehr Sinn, wegen Mana-Wiederaufladegeschwindigkeit. Würde ich schon sagen, dass das so viel mehr Sinn macht. Ah, ne, Kage, der hat ja wieder so eine Zauberverzögerung. Ne, dann bleibe ich doch bei dem unteren. Dann bleibe ich doch bei dem unteren. Das ist Kage. Aber diesmal nehme ich wenigstens ein bisschen... Oh, habe ich gerade die... Habe ich jetzt beinahe die Götter verärgert, eigentlich, mit den Kettensägen? Ich glaube, ja. Ups, das wollte ich nicht. Tschüss. Toxik-Immunität. Yeah. Okay, leider kein Upgrade, wirklich. Aber das muss ich mir aufheben, die beiden. Ich brauche nur noch einen krassen Zauberstab. Und... Wir kriegen einen krassen Zauberstab wahrscheinlich, oder? Ne, der ist nicht... Nicht wirklich besser, aber er hat was, was ich mitnehmen will. Das will ich alles mitnehmen. Verdammt, warum habe ich hier nicht irgendwas rausgelassen? Ich glaube, den behalten... Den tue ich weg gegen das Wasser sogar diesmal. Na, komm. Tu mal auf gut Glück. Warte, das Wasser kann ich doch noch einsetzen hier oben. Und einfach versuchen, die... Die... Äh, den Dschungel hier... zu überfluten. Lass mich hier rein. Machst du auch Schaden bei irgendwas? Also Objekten meine ich? Ja, okay. Perfekt. Lass mal bitte auf. Ey, du da unten, du stirb. Ja, noch ein drittes Mal. Wenn ich ihn schon habe und ich kann unendlich schwimmen... Eigentlich müsste ich den mitnehmen. Weil ich unendlich tauchen kann. Aber ich habe Bock auf einen anderen Zauber. Stirb mal... Ey, du... Wieso stirbst du nicht? Ich habe einen krassen Explosionszauber. Und da habe ich eine krasse Spinne gesehen. Tschüss, Spinne. Hier... Hier geht es nach unten mit einem Teleporter. Und hier korrigiert es jetzt Wasser. Und hier unten ist eh schon alles irgendwie tot. Und da haben wir einen Gegner, der... ...mich zum Zaubern zwingt. Okay, meine... Ich kann nicht aufhören, gerade zu zaubern. Der ist ein bisschen... ...random, aber... ...habe ich gerade nichts dagegen. Weil hier sind eh eine Menge Gegner. Ich habe nur kein Mana mehr. Verdammt. Dann lauf! Lauf! Philipp, äh... Ja. Ja, was auch immer ist gerade hier gerade passiert. Es passiert. Ich bin tot. Oder auch nicht. Freiheit! Uh! Ich bin weit durchgekommen mit 9... Krass. Ich dachte, ich bin tot. Ich dachte gerade wirklich, ich bin einfach nur tot. Aber... ...wieder keinen neuen Zauberstab. Das ist... Obwohl, doch. Ich habe einen neuen Zauberstab doch. Aber ich glaube, dass der schlechter ist als mein... ...Ausgewählter. Obwohl, er hat weniger... ...er hat weniger... ...er hat ein bisschen weniger Mana. Aber ich glaube, er dürfte... ...er dürfte vielleicht angenehmer sein. Ich teste ihn einfach mal. Dann hauen wir hier mal das rein. Äh... Das hier. Das hier. Das hier. Und dann würde ich gerne... ...noch was anderes mit reinhauen. Das hier wahrscheinlich, oder? Ne, das würde meinen Zauber killen. Ich glaube eher das hier. Kann ich damit... Kann ich damit... Ja, 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 ja. Das ist mein Zauberstab. Das ist mein Zauber. Da muss ich jetzt aber aufpassen. Nicht, dass ich abfackele selber. Aber das ist mein Zauberstab. Den nutze ich. Dann tue ich dich hier oben mal alles rein. Und wegwerfen, bitte. Weil einen Zauberstab hätte ich gern immer, der leer bleibt. Verdammt. Ne, ich wollte das hier reintun, ne? Ja, dann tue ich lieber das hier mal rein. Und dann tue ich dir die Sachen mal weg, bitte. Die Kettensägen hebe ich mir mal auf. Ja, ja, ich glaube so lass ich's. Ja, ich glaube das Ding ist geil. Warte, der gibt's... Ja, der lädt schneller auf. Damit kann ich leben. Okay, welchen Perk? Wir könnten stärker Schwimbezauber, List und Gear und Kontaktschaden aufheben. Kontaktschaden aufheben. Echt jetzt? Warte, was? Kontaktschaden. Achso, nicht Kontaktschaden aufheben. Kontaktschaden. Ah, ich kann nicht mehr lesen. Äh, ich würde hier jetzt einfach durchgehen gerne. Ich bin eh Toxic-Immun, aber nicht... Aber nicht Aces-Immun. Das ist ein bisschen kacke. Aber, ja. Ja, ich boah... Ich spreng mich einfach durch. Nichts hält mich auf. Das war grad ein Heiler, oder? Ja, das ist ein Heiler. Nehm mich mit. Nehm mich mit. Ey, ihr stirbt da unten. Stirbt einfach alles. Ich glaube, dass das mein Ende war von dem One hier. Gerade. Ähm, ja. Wollte ich mal hier durch? Dann kann ich hier einfach durchgehen. Und einfach weiter runter. Einfach weiter runter. Hau einfach ab. Du stirbst sonst noch, Heiko. Und rein hier auch, wenn ich wahrscheinlich nicht weiter wirklich komme. Alter, wie weit komme ich grad, bitte? Sollte ein einfacher One werden. Und jetzt bin ich gefühlt schon beim... Äh, komme ich bis zum ersten... Bis zum offiziellen Mal, bis zum Boss. Zwar ist es schon in einem täglichen Durchlauf, aber... Soll mir recht sein, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube nur, ich werde das austauschen. Ich glaube, das ist viel, viel cleverer. Und einen Nahkampf-Immunität-Zauber. Yeah. Warum bist du jetzt da oben, du Gegner? Okay. Oh, cool. Ich habe ihn getötet. Oh, geil. Das hat sogar funktioniert. Warum muss der da oben sein jetzt, bitte? Ich hasse es. Okay. Okay. Ich habe drei... Okay. Ich habe drei, ähm... Wie heißen die nochmal? Schwarze Löcher. Also, ich komme nach unten. Ich war in der Aufnahme noch nie so weit nebenbei erwähnt. Deswegen nicht wundern, wenn ich einfach leicht nervös bin und ich tot bin. Cool. Ich habe keine Ahnung, ob ich gestorben bin, aber durchschnitt. Ich glaube, durch meine eigene Waffen. Ich hätte die Feuerkugeln weiter drin lassen sollen. Leute, haut's rein, bis es wieder heißt. Jo, ihr aber witzigen Kettensägen-Freunde da draußen. Ciao. Ciao. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020